Wir sind immer noch mit den 2-5-7-Nassen in Essen. Wir wollen 5 Sachen zu einem Thema von euch hören, aber wir haben bisher noch kein Thema gefunden. Der Toxic zieht immer die Nase hoch. Das ist voll eklig. Sagt der Typ, der die ganze Zeit einen Fahnen lässt beim Interview. Das ist ganz natürlich. Okay, 5 Sachen zu einem Thema, aber wir haben bisher noch kein Thema, Jungs. Alter, was machen wir denn jetzt? Ihr habt doch so viel Themenvielfalt auf eurem Album, Alter. Es gibt um Frauen, um Drogen, um Alkohol, um Seife. Die Ka-Adern. Die Ka-Adern sind ganz übel, Alter. Hast du was Thema, Tipps zum Thema Dicke Adern? Wir haben so eine Weisheit. Der Gökhan hat das mal gesagt. Der hat auf jeden Fall einen Plan. Der ist ein sehr weiser Mann. Wer dicke Adern hat, kann gut ficken, hat er gesagt. Dicke Adern. Ja, ich hab dicke Adern. Guck, da ist eine dicke Ader, die heißt auf jeden Fall gut fick. Das ist eine gut fick Ader. Guck mal hier, Alter. Ich kann so krass ficken, Alter. Ist dann das Thema vielleicht ficken? Habt ihr noch mehr Sex-Tipps? Ja, das ist ein Scheiß-Thema. Okay, dann müssen wir weiter tippen, Alter. Wir hatten jetzt schon einen Tipp, dicke Adern ficken, ja? Was? Drogen? Ne, ist auch durch, Alter. Zocken finde ich geil, aber da hat der Mike wahrscheinlich keinen Bock drauf. Zocken mal Bock. Hast du einen Tipp zum Zocken? Ja, am 2. Oktober kommt Resident Evil 6, Alter. Ich warte drauf. Das South Park-Spiel kommt draus, das ist viel wichtiger, Alter. Hier oben soll sogar gut sein, glaube ich. Hit Potenzial, Erwartungen aus der PS3 M 8,5 oder so 8,0 oder so. Gut soll das werden, auf jeden Fall. Also South Park ist der Tipp. Ja, kommt jetzt bald raus, weiß ich nicht. Ich freue mich auf Resi 2. Ich will damit Fave richtig krass zerficken. Wir haben schon 4 und 5 halt übel krass gefickt. Ich freue mich auf Resi 2, weil der hat gerade eins durch. Sex, Alter. Lass mich doch mal, ne? Sexualität. Also haben wir jetzt dann das Thema Games gefunden oder seid ihr damit immer noch nicht happy? Keine Ahnung, von mir aus gerne. Nein, auch nicht. Auch nicht? Haben wir jetzt zwei Tipps und immer noch kein Thema. Das läuft ja blendend. Seife, was war noch auf dem Album? Wirst du noch hängen geblieben, Alter? Ich habe ja nur die homoerotischen Lines in mir gemerkt. Um Gewalt ging es noch, dass ihr weniger stark seid als andere Leute. Das war ein Video, das schon draußen ist bei dir auf dem Album. Was habt ihr denn noch? Gibt es irgendwas noch, was euch interessiert? Korrekt, Alter. Wenn du den zweimal machst, dann bist du cool. Los, noch mal am Finger. Arschloch. Wenn du den zweimal machst, bist du korrekt, wenn du jetzt noch mal cool im Teil, Alter. Okay, Alter. Sag mal ein Thema. Thema? Ich würde jetzt gerne einem mit dem Mic geben. Äh, Fußball kennt sich nicht mit aus. Ja, ich hab, von mir aus mach einfach Fußball. Ist egal. Ich finde, das richtig... Bah! Boah, Tuxik ist das, Alter. Erzähl mal, Fußball. Ja, Fußball ist behindert, Alter. Also, interessiert mich jetzt einfach nicht so. Keine Ahnung, ich habe da keine Ahnung vom Fußball. Ich kenne Michael Ballack, Alter. Dann sagst du was zum Thema Fußball. Darf ich nicht, dann hassen mich alle blauen. Das klingt ja sympathisch, soweit. Erzähl mir mehr davon. Ja. Äh. Ähm. Äh. Äh. Ich bin cool und kann es mir leisten. Blöde Sau. Du dummer Hurensohn bist scheiße. Königsblau. So was. Hat er aber nicht benutzt auf dem Album, weil er irgendwas von Fan-Scheiße erzählt hat. Ich habe mich nicht getraut, Alter. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und nachdem ich das Bild gepostet habe, wo ich beim Autokino die Nordkurve angepinkelt habe, Alter, habe ich mich das nicht mehr getraut, Alter. Mike hat Morddrohungen bekommen. Also von Ernie, Erwin, Alter, von dem Maskottchen. Dann wäre der Tipp zum Thema Fußball die Nordkurve anzupinkeln, würde ich sagen. Das ist geil. Okay, Thema haben wir aber immer noch nicht gefunden. Wo sind wir? Haben wir jetzt vier oder fünf Tipps? Schwänze. Schwänze? Okay, ein Tipp zum Thema Schwänze noch und dann machen wir auch Ende, weil das wird mit dem Thema... Rasiert sehen die länger aus. Ja, ja, aber es geht nur um die Größe. Immer. Egal, ohne Scheiß, egal worum es geht. Der bessere Rapper ist einfach der mit dem größeren Schwanz. Oder der, der größer ist einfach. Ich habe Uri's Villa gefurrt. Der ist nur am Blaine, Alter. Ja. Also, Schwänze ist auch. Wer Rips essen, Alter. Wobei ihr auf dem Album eigentlich öfter rappt, dass ihr eher kleine Schwänze habt. Ja, das heißt ja auch nicht, dass wir gut sind. Der Keule behauptet das nicht. Wir wollen ja nur sagen, dass große Schwänze besser sind, aber wir haben trotzdem kleine. Aber ihr steht auf große Schwänze? Ja. Okay, also ihr habt kleine Schwänze, könnt auch nicht so rappen, aber steht auf große Schwänze. Und das wäre dann der fünfte Tipp zum Thema Schwänze. Ja. Und man sollte Schwert schlucken üben. Man kann ja mit einem Taschenmesser anfangen und dann geht man irgendwann zum Brotmesser über, dann beitschneide ich, dann Schwert und dann kann man auch blasen. Und man sollte unser Album kaufen am 7.9. Im Mediamarkt, im Saturn, egal wo. Wo ihr wollt. Scheiß drauf. Kiosk umme Ecke. Aber kauft dann lieber einzeln. Nicht zwei Alben mit einem Bon kaufen, sondern jedes einzeln kaufen, okay? Ist besser. Das ist so ein Trick. Okay, gut, dass wir nur fünf Tipps brauchen. Dann haben wir es jetzt hinter uns. Ich danke euch, wir haben eine Menge gelernt. Ey, ich will auf jeden Fall noch über Bärte reden. Bärte? Ja, deinen Bart, den finde ich sexy. Ja, das glaube ich, bei deinen pubertären Verstoppeln, Alter, dann merkst du da ein bisschen neidisch wirst. Jetzt weiß ich auch, warum der immer die Nase hochzieht. Weil das sonst eklig aussieht. Du hast es dann im Bart hängen, meinte er, Alter. Sollte jetzt noch witzig werden bei ihm, meinst du? Du bist übrigens rothaarig und das ist sehendlos. Nicht rothaarig, Alter. Rothaarige kommen nicht in den Himmel. Ich habe deine Arschhaare gesehen, die waren auch rot. Hättest du gerne? Nein. Als ich auf deinem Gesicht saß, oder was? Ja. Und wie war's? Hast du auch so viel Spaß wie ich? Toxisch. Leckst du Arschlöcher? Warum hat Britney Spears ein Lied über dich gemacht? Weil sie mich auch geil findet. Das ist wieder das Thema lange Schwänze. Was heißt denn auch, Alter? Nein, Britney Spears redet halt immer über Schwule so, weißt du? Ach so. Ah. Toxic heißt schwul auf Englisch. Ja. Sagt der Typ mit den bösen Briefen in der Grundschule. Sagt der Typ, sagt der Typ. Immer so Kinderwehrscheiße von Toxic. Keine Ideen, Alter. Selber. So, wir gehen jetzt. Kauft euch alle nicht das 257ers Album. Deine Mutter. So, wir gehen jetzt auf. So, wir gehen jetzt auf.